Max Kruse von Union Berlin brennt darauf, noch einmal als Nationalspieler aufzulaufen. Wenn ich die Möglichkeit habe, das deutsche Trikot zu tragen, nehme ich das gerne an. Egal ob Olympiateam oder Nationalmannschaft, sagte der 32-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Fokus. Ich habe als Kind immer davon geträumt und der Traum wird nie aufhören, solange ich Fußball spiele. Der 14-malige Nationalspieler steht auf der Liste der nationalen Anti-Doping-Agentur, was für eine Olympiateilnahme mit der deutschen U21-Auswahl in Tokio Voraussetzung ist. Ich bin wohl einer von zwölf Kandidaten für drei Plätze. Das ist eine Chance von 25 Prozent. Dass ich ein Team führen kann, habe ich in der Vergangenheit bewiesen, sagte Kruse mit Blick auf die drei Kaderplätze für Spieler, die früher als 1997 geboren wurden. Nationalspieler Toni Kroos hat sich mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Instagram über das Problem Cybermobbing ausgetauscht. Dabei berichtet er auch von eigenen Erfahrungen. Nach der WM 2018 habe ich gesagt, dass ich den Rücktritt von Mesut Özil in der Art und Weise nicht so gut fand und war dann bei vielen gleich ein Nazi. Blond, blaue Augen, hat alles gepasst für die Leute, sagte Kroos. Kroos kritisierte, dass bei der Art der Beleidigung mittlerweile eine ganz andere Dimension erreicht worden sei. Der Weltmeister von 2014 hatte sich zuletzt an einer Kampagne gegen Hass und Hetze in den sozialen Medien beteiligt. In einem emotionalen Video las der Real-Star zusammen mit anderen Profis gegen siegerichtete Hassbotschaften aus dem Netz vor. Die Bewunderung für Erling Haaland in weiten Teilen der Fußballwelt ist groß. Auch der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann ist schwer begeistert. Einen Spieler wie Haaland habe ich noch nie gesehen und in meiner Karriere habe ich noch nie gegen jemand wie ihn gespielt. Im Interview mit der Marker berichtet der einzige Keeper von Borussia Dortmund, wie er als aktiver Spieler dem stimmischen Norweger entgegengetreten wäre. Ich würde mit den Stollen vorausgehen. Ich frage mich, ob er nochmal gegen mich antreten wollen würde. Beim Vergleich zwischen Haaland und Kylian Mbappé sieht er Vorteile beim jungen Dortmunder. Haaland würde ihm mehr Angst machen, gab Lehmann zu. Die Statur des Franzosen beeindruckte ihn nicht so sehr. Frankreichs Tennisrüpel Benoit Peer hat sich beim ATP-Turnier in Buenos Aires wieder einmal daneben benommen und sich unter anderem heftige Debatten mit dem Schiedsrichter geliefert. Im Achtelfinale gegen den argentinischen Lokalmatador Francisco Gerondolo spuckte Peer wegen vermeintlicher Fehlentscheidungen sogar zweimal auf den Boden und schied am Ende nach zwei absichtlichen Doppelfehlern mit 6 zu 4, 3 zu 6 und 1 zu 6 aus. Kurz nach dem Match präsentierte Peer auf Twitter seine Karriereinnahmen von mehr als 8,5 Millionen Dollar und wendete sich an seine Kritiker, die genug von seiner wiederholt zur Schau gestellten Lustlosigkeit hatten. Am Ende lohnt es sich, nutzlos zu sein. Ob Peer diesmal mit mehr als nur einer Geldstrafe zu rechnen hat, wird sich zeigen.